Guild Wars 2, ein Spiel, das ihr, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich erst begonnen habt. Ich nicht, ich habe schon ein paar 80er Charaktere. Ihr wahrscheinlich nicht, ihr habt nur diese grauen Plätze frei. Und ja, dann fangen wir mal an mit der Charaktererstellung. Bei der Charaktererstellung gibt es fünf Rassen. Die Silvari, eine Art Pflanzenrasse, die sehr menschgleich aussieht, allerdings halt diesen pflanzlichen Charakter hat. Asura, kleine, ja, in anderen wären es Gnome oder Zwerge. Hier sind es auch die Asura. Sehr, sehr schlaue, kleine Maulwürfe mit großen Ohren und ja, generell nicht viel dahinter. Die Nohren, sehr, sehr große, menschgleiche Wesen. Sehr, sehr große, große, menschgleiche Wesen. Leben im Schneegebiet der Zittergipfeln. Menschen, ganz normal. Und die Char, das sind katzenähnliche Wesen mit so Katzenschwänzen und halt der Laufanimation einer Katze. Nichtsdestotrotz können sie die menschliche Sprache beherrschen und reden und sind auch mit den ganzen Leuten hier verbündet. Bei allen Rassen gibt es dann sowohl männlich als auch weiblich, was man dann halt auch auswählen kann. Und ich würde sagen, wir machen uns einfach mal die Einfachheit halber einen Nohren. Nehmen wir mal ein Weibchen. Dann kommen wir zum nächsten wichtigen Schritt, wohl der wichtigste Schritt erstmal, zu erfahren, was ihr für Klassen spielt. So gibt es Krieger, Wächter, Wiedergänger, Wartläufer, Dieb, Ingenieur, Nekromant, Elementarmagier und Metzmer. Was die einzelnen Klassen können, müsst ihr euch mal durchlesen, müsst ihr euch mal verschiedenste Guides auch anschauen. Ich gebe euch nur einen kleinen Umriss. Die oberen drei sind schwere Rüstung, die mittleren drei sind mittlere Rüstung und die unteren sind leichte Rüstung. Das schon mal im Vorhinein. Die Wiedergänger könnt ihr nur spielen, wenn ihr das Add-on Heart of Thorns besitzt. Ansonsten ist euch der ausgegraut. Ja, kann auch, hat halt eine andere Klassenmechanik, ist auf jeden Fall brauchbar und auf jeden Fall sehr gut. Aber das ist jede Klasse hier, also denkt euch dabei nichts. Wir stellen uns mal, weil es der meistgespielte Charakter derzeit ist, einen Krieger. Jetzt sind wir schon im Charakter-Creator. Ein wichtiges Tool ist natürlich zoomen. Könnt ihr zwei Stufen. Dann auch sehr wichtig ist für viele, dass sie die Rüstung ausblenden können. Dass sie zum Beispiel hier die Höhe oder auch die Körpermodifikation besser sehen können. Ja, würde ich auch empfehlen. Das mache ich halt, damit man es einfach sehen kann, wie es dann später auch aussieht, wenn man mal andere Rüstungen auch anhat. Und Toggle-Lightning ist halt einfach, damit man es auch sieht, wie es im Dunkeln aussehen würde. Genau. Ja, Höhe einstellen. Dann die Physik. Das hat übrigens nichts mit dem Gameplay zu tun. Das ist rein optisch. Und, ja, hat wie gesagt nichts mit dem Spiel selber zu tun. Es hat wohl mit dem Spiel zu tun, welche Rasse und Klasse ihr nehmt, aber nicht, wie der Charakter dann im Grunde aussieht. Das spielt dann überhaupt keine Rolle. So, bei den Neuen können wir auch noch Tattoos auswählen. Das ist aber nicht, also nur bei den Neuen so. Bei anderen kann man halt dann andere Accessoires auswählen. Das ist aber relativ normal eigentlich, denke ich mal. Also nichts Tragisches, nichts Schlimmes. Ne, ne, also das bräuchte nichts befürchten. Ja, hier kann man noch das, die Tattoo-Farbe einstellen. Das machen wir auch mal. Dann haben wir hier die Kopfoptionen. Da kann man mal das grundlegende Gesicht, keine Ahnung, ihr könnt das Gesicht dann noch verändern, aber das ist schon mal, na, wie das grundlegende Gesicht also aussieht. Ihr habt übrigens später die Möglichkeit, einen Umstyling-Kit zu kaufen, wo dann spezielle Gesichter und Frisuren und Haarfarben nochmal extra drin sind, die jetzt hier nicht auftauchen. Das Ganze könnt ihr natürlich auch über Imgeng Gold erwerben, indem ihr sie einfach gegen Gems tauscht. So, ich denke zum Krieger passt das sehr, sehr gut. Was nehmen wir hier? Naja, Neuen sollte blond sein. Was nehmen wir hier für eine... Also man sieht auch hier für euch Free-to-Play oder Neulinge gibt es hier einiges an Hairstyls, die ihr auswählen könnt. Ich denke, da bleibt erstmal kein Wunsch offen. Hier könnt ihr dann wie gesagt noch die einzelnen Dinge hier zum Beispiel, hier die Augen verändern, Augenöffnung zum Beispiel. Naja, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, die Lippen kann man noch ein bisschen verändern. Man kann generell keinen richtig hässlichen Charakter stellen, aber man kann sie schon sehr unangenehm aussehend machen. So, dann gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir ein paar Entscheidungen. Die erste Entscheidung, die ihr treffen könnt, ist rein, welchen Skin ihr am Anfang bekommt. Hier bekommt ihr beim Krieger zum Beispiel zwei verschiedene Helmskins, die ihr nur hier bekommt. Nur hier. Sonst bekommt ihr diese Skins nämlich nicht. und einen Schulterskin. Also je nachdem, was ihr wählt, habt ihr dann den Skin im Spiel. Das spielt mittlerweile überhaupt keine Rolle mehr. Wie ihr eure Probleme löst. Einmal mit Charisma, einmal mit Ehre und einmal mit Wut. Ja, keine Ahnung. Ist egal, was ihr da nehmt. Also man kann dann verschiedene Dialogoptionen wählen, die dann halt verschiedenen Leuten gefallen, eben nicht gefallen. Am witzigsten ist immer Wut. Da regen sich die Leute immer so schön auf. Das ist jetzt bei allen Rassen verschieden und zwar ist das die persönliche Geschichte und die ist von Rasse zu Rasse unterschiedlich. Also das erste und zweitens kann man die persönliche Geschichte pro Rasse nochmal in drei Wege bei der ersten Story lenken. Also hier the most important quality und dann kann man hier verschiedene Sachen nehmen. Ich nehme hier mal die Geister beschützen. weil die Noren ja sehr viel auf Geist und Legenden aus sind. Dann nochmal drei Wege ähm später. Also bei der bei der Level 20er Geschichte dann. Und dann nochmal Level 30er Geschichte. Ja, nehmen wir mal den Schneeleopan. So. Dann gebt eurem euren Charakter noch einen Namen. Und dann geht's auch schon los. Dann habt ihr ein kleines Intro Video. Das kommt, wenn's kommt, hier kommt's. Ähm, könnt ihr rechts unten überspringen. Müsst ihr nur die Maus mal ein bisschen bewegen, dann könnt ihr das überspringen. Ja, genau. Das ist jetzt, das könnt ihr euch selber mal angucken. Das ist halt von Rasse zu Rasse auch wieder unterschiedlich. Und dann werdet ihr ins Tutorial geschmissen. Das Tutorial ist ein sehr, sehr kurzes instanziertes Gebiet, wo ihr nochmal hier alles gesagt bekommt, getan bekommt. Ähm, ja, aber da da will ich euch jetzt aber auch nichts spoilern soweit. Ich werd dann nach dem Tutorial nochmal einsteigen, um dann die grundlegenden UI-Sachen und alles andere zu erklären. Bis dann. So, hier sind wir also wieder. Nach dem Tutorial werden wir auch sofort in die offene Welt von Tyrion reingeschmissen. Ähm, diese erstreckt sich von Ascalon über die Shiver Peak Mountains nach Or bis nach Kryta und dann seit dem Addon auch bis nach Maguma. Das ist also eine relativ große Stadt, äh, relativ großer Kontinent, der aber auch sehr viel bietet, wie ich finde. Vor allem sehr viel Tiefe und vor allem landschaftliche Gestaltung. Ähm, es sieht jetzt natürlich auch noch mehr aus, als es eigentlich ist. Aber, naja, das werdet ihr ja dann sehen, wenn ihr mal ein bisschen spielt. Ihr müsst ja nicht alles erkunden, das wäre natürlich hilfreich, aber ihr müsst nicht. So, dann werd ich euch mal ganz kurz das UI erklären, damit ihr da mal ein bisschen drin seid. Wir haben rechts unten natürlich die Minimap, wir haben unten in der Mitte unsere Skills. In der Mitte von den Skills haben wir den, euer Leben und drüber habt ihr eure Ausdauer. Ganz unten ist eure Levelanzeige, links oben sind eure Menüpunkte, also Menü, dann Kontakte und Soziales, euer Held, euer Inventar, eure Mailbox, übrigens für Mailbox braucht ihr kein Mailcast, sondern könnt einfach draufklicken und dann habt ihr alles. Dann habt ihr eure Blackline Trading Company, was im Grunde einfach nur das Auktionshaus ist und der Shop, wo man halt dann Accessoires und sowas kaufen kann, Booster kaufen kann, alles und alles natürlich für Ingame Gold erhältlich und zwar kann man hier nämlich Ingame Gold gegen Gems eintauschen, nicht gerade unfair sogar und dann hier alles was es hier gibt auch kaufen sogar die Deluxe Edition kann man upgraden wenn ich es hier sehe hier genau man kann sogar die Deluxe Edition upgraden was normalerweise im Handel mehr gekostet hätte kann man auch für Ingame Gold machen was ziemlich cool ist dann haben wir noch das Gildenmenü natürlich bei uns die Herren des Eisreichs wir haben natürlich unsere eigene Gilde mit verschiedensten Menüpunkten die ich aber jetzt nicht näher erläutern will dann haben wir Welt gegen Welt Welt gegen Welt ist sozusagen drei Server treten gegeneinander an wir sind zum Beispiel auf dem deutschen Server Kodash ja genau das ist einfach das sind einfach große Massenschlachten auf vier Karten und mit verschiedensten Skills aber das ist auch was Tieferes das werde ich jetzt nicht erklären da haben wir noch das PvP PvP im Grunde Arena fünf gegen fünf auf die Ome geben mehr ist es eigentlich auch nicht das wird auch zu sehr in die Tiefe gehen aber damit ihr schon mal gesehen habt zu den Skills wir haben einmal eins bis fünf eins bis fünf sind eure sogenannten Waffenskills das heißt je nach Waffe die ihr ausrüstet bekommt ihr die verschiedenen Skills ne was heißt das fragt ihr euch jetzt wie ich hab da verschiedene Skills je nach Waffe ja wenn ich zum Beispiel ein Einhandschwert trage dann hab ich andere Skills wie wenn ich einen Bogen trage zum Beispiel nicht jeder also nicht jede Klasse kann jede Waffe tragen aber die meisten können überschneidend Waffen tragen zum Beispiel der Wächter und der Mesmer und der Krieger können Großschwerter tragen mittlerweile der Nekro auch und na so verteilt sich das eben und je nach Waffe die ihr da ausgerüstet habt ändern sich auch die Skills eins bis fünf die können auch nicht umwechseln die sind fest da und die bleiben auch fest da also da da kommt er nicht aus das ist aber nicht schlimm da gewöhnt euch schnell dran und vor allem bietet es einfach viel Möglichkeit zur Perfektionierung eures Playstyles und das ist einfach gut das ist einfach toll genau dann die Nummer 6 oder bei ich hab sie natürlich umgelegt weil fürs PVP zum Beispiel ist 6 bis 0 relativ ungünstig zu erreichen aber normalerweise auf der Nummer 6 ist die Heilung jeder Charakter hat verschiedene Heilfähigkeiten jeder Charakter hat verschiedene Heilfähigkeiten das müsst ihr euch merken weil die braucht auch es tut ziemlich weh hin und wieder ziemlich ziemlich weh deswegen Heilfertigkeiten immer benutzen weil also nicht immer wenn ihr lau seid weil das heilt euch natürlich dann haben wir die sogenannten Hilfsfertigkeiten die kann man hier trainieren für die sogenannten Heldenpunkte die Heldenpunkte bekommt ihr wenn ihr Level aufsteigt beziehungsweise in der Welt gibt es auch so kleine Punkte diese Helden Herausforderungen da können auch Heldenpunkte verdienen genau und davon braucht ihr ein paar ihr könnt wenn ihr Level 80 das ist übrigens Maximallevel seid könnt ihr dann alles hier trainieren das ganze ist unter H also Held im dritten Reiter Training da könnt ihr das dran trainieren und da gibt es halt verschiedene Arten zum Beispiel Bannerfähigkeiten Ruffähigkeiten Stances Sigrets und physische Fähigkeiten im Endeffekt unterscheiden sich die von Klasse zu Klasse wieder also genau das solltet ihr euch auch einprägen das heißt wenn ihr ein Neko spielt habt ihr zum Beispiel keine Banner dafür habt ihr halt Brunnen und sowas also das ist unterschiedlich von Klasse zu Klasse es macht Sinn sich mal jede Klasse ein bisschen anzusehen genau diese Skills die wir gerade geskillt haben können wir dann über diesen Pfeil den diesen drei Skillplätzen zuweisen plus den sogenannten Rassenskills die von Renanet immer weiter genervt werden dass sie ja keiner verwendet ich mag sie trotzdem weil sie schick aussehen aber trotzdem ja zum Beispiel hier nehmen wir einen Siegel rein dann nehmen wir noch einen Ruf rein und dann nehmen wir halt meine Güte noch einen Siegel rein Stally Siegel genau so und euer letzter Platz bei mir T bei euch wahrscheinlich noch 0 ist eure ultimative Fähigkeit die ultimativen Fähigkeiten findet ihr am Ende jedes Trainingsbaums ist eure ultimative Fähigkeit das solltet ihr euch merken denn ihr müsst einen Baum komplett durchskillen damit ihr die ultimative Fähigkeit bekommt und ihr müsst mindestens Level 31 haben damit ihr überhaupt eine benutzen könnt ja genau was hat es jetzt mit der Ausdauer noch zu tun ganz kurz zur Erklärung bevor ich das Video dann auch zum Ende führe die Ausdauer ist dazu auszuweichen ausweichen ist wohl eine der wichtigsten Funktionen im ganzen Spiel standardmäßig auf Double Tap also zweier Tassendruck zum Beispiel zweimal W oder zweimal A weicht ihr aus und es ist standardmäßig auch auf V gelegt das heißt wenn ihr in eine Richtung läuft und V drückt dann weicht ihr auch aus Ausweichen mitigiert in diesem Moment jeglichen Schaden das heißt man kann durch die heftigsten AE Felder durchrollen und kriegt keinen Schaden wenn man ausweicht gut getimt und das muss man in Trades zum Beispiel oder in PvP kann einem das zum Sieg verhelfen oder ist einfach zwingend notwendig um den Content zu schlagen ja also das wirklich mit Bedacht einsetzen ich könnte nur zweimal ausweichen beziehungsweise manche Klassen können dann auch dreimal ausweichen wenn sie es geskillt haben aber von Grund auf könnte ich nur zweimal ausweichen und es dauert relativ lange bis man das sich das wieder auffüllt rechts oben habt ihr das grüne ist eure Story Mission das heißt hier bekommt ihr Geschichte mit hier da solltet ihr auch reinschauen dafür gibt es auch recht gute Belohnungen also nicht nur Gold sondern auch Materialien und Waffen und so Rüstungen und so immer wenn ihr da ein Level bereit habt würde ich das auf jeden Fall machen und dann darunter sind noch Events das sind diese globalen Events zum Beispiel ist jetzt gerade das Wintertags Event und die PVP-Ligen laufen auch gerade also das führt euch dann teilweise auch zu der Guild Wars 2 Website wo dann alles nochmal erklärt wird aber im Grunde ist das alles darunter wären dann noch lokale Events das macht ja Guild Wars wirklich aus und macht auch Guild Wars sehr gut dass wenn man in der Welt rumläuft hin und wieder einfach Events aufploppen man hat keine Quests wie man es normalerweise erwarten würde von einem MMORPG man hat Events und die ploppen da auf man sieht genau was muss ich machen man hat dann auch diverse orange Kreise orange Schwerte orange Schilde auf der Minimap oder auf der großen Map die einfach nochmal anzeigen hey da geht was ab da gehe ich hin da verdiene ich mir Gold da verdiene ich mir meine Erfahrungspunkte zum Abschluss noch die Buff und Debuff Leiste die befindet sich über euren Hilfsfähigkeiten passive Buffs natürlich und Debuffs sind dann drunter Debuffs wie Blutung Verkrüppelung Kühle und sowas werden dann auch angezeigt mit einem kleinen Kreis drumrum wie lange es dauert beziehungsweise mit einer kleinen Nummer drin wie viel man davon hat wie viele Stacks man davon hat zum Beispiel ich habe jetzt drei Stacks Macht und zehn Stacks Stabilität so sehen die Buffs aus die Buffs sind orange die Debuffs sind rot genau das ist so das grundlegendste was ihr euch merken solltet für das Spiel generell könnt ihr jede in den Optionsmenü jede Taste belegen neu belegen und zweit belegen was natürlich auch recht angenehm ist ja genau das ist so das grundlegende im folgenden werde ich auch noch auf andere Dinge des Spiels eingehen aber das sei es erstmal so ich wünsche euch noch einen schönen Start in Guild Wars wenn ihr schon erfahrener seid dann frage ich mich wieso ihr eigentlich das Video schaut hier und das ist eigentlich nur wirklich für die brandneuen Spieler damit sie einfach ein bisschen sehen was abgeht ja ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video